Hallo Damen und Herren, hier sitze ich im Sauna Bereich von Fit One. Wir haben nicht nur einen, wir haben drei. Wie viele Leute können hier reinpassen? Zwei da oben liegen, da 20 bestimmt. Können sich ausschwitzen, wenn sie möchten. Wahnsinn, ne? Ich sag dir, wir bauen die große Studio, das wir wissen schon, in Deutschland, in die große Fläche. Wahnsinn, 8000 Quadratmeter und das ist nur ein kleines Fleck davon, aber ein geiler Fleck.